Danke. Ich versuche auch im kommenden Jahr einen Goldjungen abzugreifen und warum nicht, wenn sie das ordentlich abliefert und es verdient ist, spricht da nichts gegen. Das Ganze spielt einen, ich sag mal, wieder realen Fall nach, wenn ich die Originalbilder im Abspann so bedenke, der mir natürlich komplett unbekannt ist. Da spielt sie eine Tennisspielerin im Jahr 1972 namens Billie Jean King. Die ist zwar Weltranglisten Erste, als sie dann aber mitbekommt, dass sie trotz ihrer absolut unzweifelhaften Leistungen gerade mal ein Achtel der Preisgelder bekommt, wie die Männer sie erhalten, will sie dagegen protestieren. Sie tritt aus der Tennisgemeinschaft aus, gründet mit ein paar anderen Spielerinnen ihre eigene Liga und absolviert mit denen ein paar Turniere. Generell wirft der Film in der ersten Stunde dieser Hauptfigur dann so drei Pakete oder drei Lasten zu. Das eine ist halt, wie sie sich im Tennis schlägt. Das zweite ist, dass sie anfängt, sich in eine Betreuerin bzw. in eine Freundin zu verlieben und sie ist einerseits verheiratet und andererseits hat sie jetzt halt aufkeimende lesbische Gefühle und das muss sie irgendwie unter einen Hut kriegen. Und das dritte, das ist dann eigentlich die ziehende Handlung des Films, ist ein ehemaliger Tennisstar namens Bobby Riggs, gespielt von Steve Carell. Der möchte beweisen, dass Frauen im Tennis nichts drauf haben und plant gegen Billie ein großes Tennis-Match, dem sie sich zunächst verweigert. Aber bei so einem Film wie diesem kann es natürlich auch nichts anderes rauslaufen, als dass es dieses finale Match natürlich gibt. Und es gibt jetzt so gewisse Punkte, die man über den Film aufzählen kann und ich muss immer wieder betonen, so wie sie sich anhören, sind sie im Film nicht. Denn Steve Carell ist ein großartiger Komödiant und er spielt hier einen großen, mauligen Schwadlappen, so würde man in Köln sagen. Jedenfalls, er spielt ein arrogantes, großmauliges Arschloch, ist aber trotzdem jetzt nicht klamaukig, überspitzt oder sonstiges. Er spielt da eine solide, glaubwürdige Figur, die ihrerseits auch mit Problemen, also Spielsucht etc. behaftet sind, ist. Aber es ist nicht so, dass der Film eine Komödie ist. Ansonsten hat er insbesondere für mich in der ersten Stunde rein gar nichts zu erzählen, denn die Eckpunkte für die Hauptfigur werden sehr schnell klar aufgestellt, eben die genannten drei Punkte. Und dann reicht es dem Film einfach nur in diesem Szenario zu bestehen. Das heißt, wie sie mit ihren Mitspielerinnen zusammen ist, eben die Liebesgeschichte mit ihr und einer Freundin und mit ihrem Ehemann, wie sie versucht, das Ganze zu verbergen. Also es ist einfach, dass man hier mit dieser von Emma Stone gespielten Figur Zeit verbringt, diese Figur unglaublich angenehm ist und der ganze Film sehr solide und ruhig ist. Gleichermaßen wird dann im letzten Drittel natürlich dann das große Tennis-Match durchgezogen, wobei ich sagen muss, da kommt der Film zu einem schlechten Zeitpunkt. Man hatte gerade Borg & McEnroe auf der Leinwand und gegen diesen deutigen Psychokrieg, den es dort gab, ist dieses Spiel jetzt hier nicht nichts, aber doch deutlich harmloser, aber das ist gar nicht Sinn und Zweck der Sache. Was auch noch ein besonderes Lob ist, der Film spielt in den 70er Jahren und sieht aus wie in den 70er Jahren gefilmt. Man hat es ja oft, dass heutzutage gedrehte Filme dann so versuchen, alten Look und so weiter nachzubauen, aber dieser hier macht es und schafft es auch richtig gut. Letzten Endes ist dies trotzdem ein Film, von dem ich glaube, dass die breite Masse ihn jetzt nicht so besonders ins Fokus nehmen wird, aber es ist ein durchaus interessanter Film, wenn man bedenkt, dass es hier um Gleichberechtigung, Frauen, Männer oder auch Homosexuellen geht, ist es durchaus ein nicht unwichtiges Thema und insgesamt ist es nicht wirklich der Film, sagen wir mal so, die große Unterhaltungsnummer, aber ein durchweg sauber gespielter, sauber inszenierter, interessanter Titel, der durchaus von mir mit 4 von 5 Punkten abgesegnet wird. Ich behaupte jetzt einfach mal in diesem Moment, dass Emma Stone da auch wieder auf Oscar-Kurs gehen wird, nächstes Jahr im Frühling, aber das wird sich zeigen. Wie seht ihr das? Mögt ihr Tennis im Film? Wie findet ihr Emma Stone? Und wie schätzt ihr ihre Oscar-Chancen ein? Vor allem, wenn ihr euch jetzt hier diesen Film angesehen habt oder zumindest den Trailer. Das würde mich interessieren in den Kommentaren unter diesem Video. Ihr könnt auch wie immer gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo und wir sehen uns gerne zur nächsten Kritik. Macht's gut, bis dann. Ciao. Das war's.